Das Dorf Handorf-Langenberg hat hier toll performt. Das Dorf Handorf-Langenberg hat hier Herausragendes geleistet. Wir hatten Durststrecken dabei, aber am Ende des Tages haben wir es geschafft. Wir haben 430 Genossen, die sich beteiligt haben. Wir haben 832 Anteile. Das heißt, wir haben 208.000 Euro geschafft. Ja, ich bin Mike Escherhaus mit einer der Mitinitiatoren hier. Ich habe gerade einen ganz, ganz tollen Abend hinter mir, in dem ich verkünden dürfte, dass wir das geschafft haben, dass wir die Genossenschaft gründen werden. Wir haben hier heute 208.000 Euro präsentieren können und bin sehr glücklich, dass uns alles so gelaufen ist. Im Namen der Familie Freling darf ich mich ganz herzlich bei euch für euer beispielhaftes Engagement, die Gaststätte zum Schadko zu erhalten, bedanken. Durch euren unermüdlichen Einsatz ist es gelungen, das Lebenswerk unseres Vaters zu erhalten.